Prost Leute und herzlich Willkommen in Wildau. Ist Wildau, ne? In der Bodybuilding Church. Wo ist das eigentlich? Ein Volkshaus. Ein Volkshaus? Guck mal, das ist Jule von Big Sound. Wen haben wir noch gesehen heute? Ich glaube der Andreas ist schon da. Männer auf fünf. Nö. Vier? Nein, der ist Männer fünf glaube ich. Maik ist da. Alles cool. Welche Männer bist du heute? Bitte? Welche Klasse machst du heute? Frauen-Bikini. Frauen-Bikini? Ja. Und, meinst du das wird? Posing-Sitz, das haben wir ja schon gesehen. Das Schlimme ist das. Irgendjemand muss es mir zeigen. Ich bin mega gespannt, wir haben heute 13 Athleten am Start. Viel Erfolg. Team Big Sound hat glaube ich die meisten Athleten hier. Jan hat vier, ich habe fünf. Das ist ja wirklich krank. Also werden wir viel zu tun haben. Vier, fünf? Dreizehn, wer haben wir noch? Lass mich mal überlegen. Ich glaube das waren wir, oder? Hat Justin oder Max noch jemanden hier? Weiß ich nicht. Kann aber auch gut sein, dass Justin und Max noch wen haben. Ja, Justin hat zwei hier. Guck mal Alter, da haben wir echt richtig viele am Start. Big Sound stellt die meisten. Ja. Dafür könnte man uns auch mal so reinlassen. Aber gut, darüber können wir ja noch sprechen. Ich komme so rein, nur ehrlich. Wahrscheinlich wird alles wieder hinter meinem Rücken ausgebrochen. Also ich gehe mal rein, ne? Ja, mach mal. Wir gehen auch gleich mal rein. Zwei Athleten habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Der Niklas ist gerade wieder verschwunden. Der holt sich glaube ich seine Karte. Und der Mario. Den muss ich gleich mal schreiben, ne? Doch, heute morgen habe ich was von dem gehört. Ja, der ist schon hier. Ja, der hat nochmal drei Kilo verloren und ist doch glaube ich knüppelhart. Ich bin mal gespannt, ob der... Naja, Andreas ist in der Fünn war, ne? Und Dennis müssen wir mal abwarten. Ich glaube das wird aber ein fieses Battle. Die drei müssten sich da ziemlich die Köppe einhauen, wer da gewinnt. Ja. Geht los. Ich bin gespannt. Ab geht's. Cheers. So. Unser Kameramann ist eine Pfeife. Der hat neun oder zehn Formchecks verpasst. Das stimmt. Ich komm nicht rein. Du hast mich nicht mitgenommen. Dafür haben wir jetzt Niklas. Der kam gerade eben von einem Anmelden. Ja. Den gucken wir uns jetzt an. Wir können uns mal Robin angucken. Alle anderen kriegen wir auch noch mal. Los. Niklas, Formcheck. Five hours out. Was? Ist das jetzt beide aus? Ist nicht schwer gereicht. Wo ist der denn? Erst? Ja. 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 Boah. Und hier ist Kack-Licht eigentlich. Ja. Beoh. Jo, die ist Feierabend, ne. Rückenansicht ist. Ja. Mach ich doch. Ja. Kannst du ja da raus. Von hinten nochmal besser wie von vorne, ne. Ja. Posing ist super. Mit Lächeln, wenn du oben bist. Das hier rein. Top. Bist echt ein bisschen flach. Wie kann man denn flach sein mit 3500 Gramm Kohlenhydraten? Ja. Einmal die rein in den Front. Mhm. Dann stelle ich die. Was auch mal was? Boah. Die ist Killer. Keine Talio. Ja. Boah. Die ist unglaublich, weil du so einen fetten Arsch hast, die Taille ist wie weg. Supergut. Ja, wir machen mal ein bisschen trinken und ein bisschen Salz. Und ein bisschen essen. Ein Gramm Salz, 250 Milliliter ruhig zu trinken. Wasser? Ja, Wasser. Ist schon mal ein bisschen dirty was. Ja, dann guck mal, was da im Salz drin ist. Dann brauchen wir vielleicht ein Gramm Salz nicht. Ich hab die Square Bars, ich hab Reis, Mandel. Was haben die Square Bars im Salz? 0,3 pro 20 Carbs. Dann ess davon einfach drei Stück. Dann haben wir ja ein Gramm. Ich glaub, das sind nicht die Carbs, du hast dreieinhalbtausend Carbs gegessen die letzten Tage. Salz und Wasser, was fehlt. Wir gucken das erstmal, wir haben ja voll lange Zeit. Die machen wir zum Schluss. Nur, ich möcht's nur nochmal sagen, mit Sonnenskupfer. Ich hab's noch mit Sonnenskupfer. Ja, die essen wir auch. Die sollen ja nicht schlecht werden. Nein, die essen wir auch. Wenn ich esse nicht, die werden nicht schlecht. Aus ethischen drinnen schon. Hm? Form passt brutal. Sieht geil aus, Niklas. Ja. So stehen und so rein gehen. Ja. Dann geh ich hier rein und dann... Ja, okay. Also ist hier drüben da nichts mehr. Die gehört nicht. Die finde ich am schlimmsten. Ich glaub schon. Ziemlich. Wir gucken uns das mal auf der Bühne an, aber ja. Okay. Haben wir einen Formcheck gemacht. Bam! So, Freunde der gepflegten, nackten Menschen. Wir haben ein wildes Robin gefunden. Robin stand noch in der Anmeldung bis eben. Ähm, ja. Wir gucken uns jetzt mal schnell Robins Form an. Danach soll der sich hinlegen, weil der stand gerade gute zwei Stunden. Aber da ist nichts verrutscht. Der sieht super aus. Los geht's. Ja, Beine sind super. Da ist Fleisch drauf, wa? Machen wir nur die Pflichtposen. Front doppelt. Beine sind tiefer wie letztes Mal. Beine sind auch. Beine sind super. Seidliche Brust auf jeden Fall einmal zeigen. Dwayne, ich bitte dich. Der Black Booty ist im Weg. Greif mal auf die Handfläche, dass du die Lücke zumachst. Ja. Ja, ja. Stark. Kannst du das machen? Nein, das ist nicht schön. Hast du nur Bilder? Nee, ich mach aber nur Bilder. Ja. Rücken-Doppel-Bizeps. Guck mal, der Arsch, haben wir doch schon fast. Ja? Da ist aber schon ein Katz drin unten. Ja, 18 bis 20 wäre so regulär. Das wird wahrscheinlich in der Nacht zu bringen. Du bist zum Teil fast zu hoch. Mann. Und einmal deine Maus Maskula. Ja, klar. Ja. Das ist ein Lab Spread, aber die nehmen wir auch noch mit. Was wollen zu? Maus Maskula. Ach, wo ist das? Die ist auf jeden Fall vor unserem Planeten. Ja. Ja. Jedes Training läuft immer. Ich sage, auf jeden Fall. Löse. Nichts verrutscht, hinlegen, Füße hoch. Abwarten. Ja, ich bin happy. Wir haben auf Polen so ein bisschen und Mailand getimed. Wir haben eine lange Saison mit fünf Wettkämpfen. Ja, ist immer so einfach gesagt. Und wir haben über 20 Kilo weggemacht beim Robin. Der hat ein bisschen Gas gegeben in seiner Offseason, bevor er zu mir gekommen ist. Von daher bin ich mega happy. Wir sind gute sechs Kilo schwerer wie zu seinem letzten Auftritt. Ich glaube, so ein Kilo muss noch runter. So ein bisschen am Arsch, hinterer Beuger, unterer Rücken. Da geht noch ein bisschen was. Ja, aber die holen wir uns bis Polen. Von daher, ich bin super happy. Haben gute 98 Prozent Härte heute. Passt total. Top. Alles hat super geklappt. Ladeschema hat funktioniert. Entwässerungsschema hat super funktioniert. Ist prall, ist hart. Ab geht's. Entschuldigung. Du hast so ein Klemmbrett und siehst richtig aus. Weißt du, wann es losgeht? Also, soweit ich weiß, ist es mal zeitplanmäßig. Ja. Und Ablaufplan habt ihr, glaube ich. Ja, Ablaufplan, das ist genau. Wir sind halt nicht besonders voll die ersten Klassen. Das heißt, die ersten drei, vier. Das heißt, wir sagen rechtzeitig Bescheid. Aber wir sammeln gleich so die ersten zwei, drei Klassen. Also, sollen wir schon fertig machen? Macht euch schon langsam fertig. Aber 20 Minuten sind ja noch fertig. Genau. Aber mach halt. Ruhig langsam auslegen. Lieber zu früh jetzt. Ja. Antonio, aufstehen. Okay, Spaß, Junge. Go. Da freue ich mich jedes Jahr drauf. Oho. Das wird besser. Viel besser. Ich merkst du schon. Scheiße, ich glaube, ich habe abgenommen. Mann, was ist denn mit dem Finger jetzt sicher? Junge, was soll das? Ich habe es überhaupt nicht gedacht. Ich war so aufgeregt genug. Und ich habe gedacht, ich habe Schicke. Ja. Mhm. Und das war 21 vorbei. Ach, schon gleich die gute Hose an. Und du hat meine Hose an, ja. Die musst du wirklich noch aufziehen. Schön. Ich habe gesagt, alle, wenn ich mich aufgeregt habe, was eingepennt. Ich habe auch extra Kopfschmerzen gerade. Das ist gut und ist hart. Wenn ich jemand anspricht. Auch Klappen auf Klo. Einfach aus, ne? Ja, auf jeden Fall gar nicht. Ja, auf jeden Fall gar nicht. Lieber... Leicht? Ja, das ist wirklich so gut. Nee. Wie wir danach halten. Soh... Nee. Da wird nicht eingeölt. Da ist ja mehr. Ich habe schon mehr. Ohne Scheiße, das kommt auch wie so ein Tornado zurück, Alter. Wenn du jetzt im Arsch bist, ist die Libido. Die Sache ist, wenn wir geladen haben, nach zwei Tagen, dann hat er nach zwei Tagen wieder Bock. Ich leg schon mal los bei dir, ne? So, jetzt wird es ja Fließbandarbeit, Junge. Soll ich mich hier irgendwie schon warm machen? Kannste. Nur deswegen mache ich den Sport, um muskulöse, nackte Männer einzuölen. Das kann ich komplett verstehen auf jeden Fall. Ich freue mich auf den Cookie-Cookie vom besten Cookie-Hersteller überhaupt, wo man natürlich mit DOM 20% sparen kann. Das sieht gut aus, Digga. Danke. 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 Just tell me that I can Just tell me that I can The gold medal at the start number 2, Antonio Stiegler The silver medal at the start number 9, Jan Hoffmann The gold medal at the start number 3, Robinson Stiegler The silver medal at the start number 9, Jan Hoffmann The gold medal at the start number 2, Antonio Stiegler The gold medalания during busy year The gold medal at the start number 5, Bayern The silver medal at the start number 6, 2021 Which gold medal for likes of ander number 6, Cassidy Das war's. 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 Das war's.